Und ab dafür! Und ab dafür! Dieser lächerliche Dr. Crankcase hat die Fabrik sicher abgeriegelt, aber ich kenne einen geheimen Weg hinein! Glumshanks hat immer den Schlüssel vergessen, also habe ich ihn diesen Tunnel graben lassen. Ich quetsche mich durch und öffne die Tür von drinnen. Wir sehen uns da, Skyloser! Äh, Sky-Freund! Neuer Meister versteckt gern Geld an komischen Orten, wie hinter Tor. Hier drin kann man Tor aber nicht öffnen. Ich weiß, ich hab's versucht! Leicht wie ein Lüftchen! Leicht wie ein Lüftchen! Hallo! Fabrik hat neun Besitzer! Neuer Meister kein Willikin-Freund wie Alter! Riecht aber viel besser! Willst du Schalter umlegen? Na los, das wird spaßig! Hier ist die Kante! Wir sind von Irrsentor! Wir sind von Irrsentor! K-Troll! Ich fliege hindurch! Du lässt Züge rauskommen! Da, spaßig! Du lässt Züge rauskommen! Da, spaßig! Nee! Und ab dafür! Ein Sturm zieht an! Ein Sturm zieht an! Ein Sturm zieht an! Ha! Hmm! Ha! Hup! Ha ha! Hahaha! Das war's für heute. Hey! Meid mich nicht so weit, ja? All right! Scrapshooter besiegt. In dieser Zone sind Turken stärker. Auf geht's! Diese Züge müssen Rohstoffe zu Grand Cases Armee bringen! Meine Rohstoffe! Meine Rohstoffe! Ahoi, Matrose! Und ab dafür! In dieser Zone sind Schurken stärker. In den Himmel! 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 Und ab dafür! In den Himmel! 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 Bläst dich! Jaha, Skylander! Ich hab nen Vorschlag für dich und komm gleich zum Punkt! Spielen wir Himmelssteinschmettern! Jaha, da wir ja ehrlich sein wollen, muss ich dir sagen, dass du sicher verlieren wirst! Eis-Cream!